Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Video. Auf diesem Fall heiße ich von Geist. Jo, und wir gucken mal wieder rein, was gibt's denn heute im Daily Shop? Dann haben wir den DJ Bob. Nach wie vor diesen Mega-Schrott-Tamagotchi-Pokemon-DJ-Drogenskin, keine Ahnung. Schlimm. Also hatten wir ja gestern schon. Dann kommen wir zum Bridekanal. Jo. Ich finde, das passt nämlich überhaupt nicht. Also finde ich. Farbenbombe, oder? Männliche. Ja. Männliche Farbenbombe. Ja. Regenbogen und alles. Naja, das ist halt Farbenbombe, ne? Finde ich überhaupt nicht so geil. Aber die Anne findest du gut. Ja, aber, guck mal. Ja. Ich sag ihr was zu kommen. So, ja, auf jeden Fall. Es sieht einfach komisch aus, wenn hier so ein Typ in so einem Regenbogen-Outfit sitzt. Ja, natürlich sieht aber auch bei ihr beschissen aus. Ja. Also, aber sei nicht beschissen, sondern komisch. Gut, aber bei dem sieht es halt auch doof aus hier oben in diesen Haaren blond und schwarz. Ich bin mal gespannt, was du dem jetzt von oben hast. Ich geb's dem vielleicht 6 von 10. Achso, ich hab jetzt wunder gedacht, was du dem von oben geben willst. Ne, ne. 6 von 10. Ja, ich geb dem Farbenbombe auch 6 von 10. Also, den Bright Gunner. Das ist nicht der Farbenbombe. Ich weiß. Ich weiß. Was weiß ich. Wir sind doch gleich fertig mit dem Video. Okay. Au. Sorry. Dann kommen wir zum Bright Bomber, den hab ich mir gekauft. Voll gegen's Knie geschoben. Wer gibt's 9 von 10? Ja, nö. Krieg's ja net von mir. Krieg von mir auch nur 6, 7 von 10. 7 von 10. Okay. Rainbowsmash ist mega geil, die Kriege. Find ich in der dunklen Wässer um 1000 mal besser. Ja, ist, ist wirklich. Aber die ist auch mega geil. Bei der dunklen gebe ich immer... Okay, ich bin von 10. Ja. Wer hier gebe ich leider nur 9 von 10. Ja. Wer gibt's 9 von 10? Wer gibt's ja net von mir? 7 von 10. 7 von 10? Echt? Werden dem Regenbogen, ne? Weil's mir zu knallig bunt ist. Aber sie ist, also die ist, äh, ne lustige Dicke. Die wird auch, dieser Reactive, die wird auch kranker, desto mehr Schaden machst. Das ist mega geil. Dann guckt die dann so komisch. Nein. Macht die mehr Licht. Wenn du den Regenbogen, wenn du die haust, kommt ein Regenbogen oder so raus. Oh Gott. Schrecklich. 0 von 10. Die ist so schlimm. Das ist hart. Das ist richtig hart. Wirklich, äh, ja. Die Flasche ist schon cool nachgemacht. Es sind... Bewert den Skin. Ja, ich bewertet den Skin und er kriegt von mir 2 von 10. Okay. Stopp. Ich hab eine Einladung bekommen. Okay. StoppX? Ja. Äh... StoppX. Ha? Was soll ich dazu sagen? StoppX kriegt von mir 5 von 10. Hm? Ja. 7 von 10. Echt so viel? Ja. Check. Da ist kein Pink dabei. 7 von 10. Ich auch. 0 von 10. Dynamo. Boah. Oh Gott. Diese südamerikanischen Wrestling. Ach, du Heil... Hat die Achselahre? Ach, die Achselahre? Nein. Das ist ein Schatten. Du Heilige ist das schlimm. Was gibt's denn im Denemore? Sag du. Warte, was find ich dir die ganze eingeladen? Stimmt ich auch nicht. Also... Was soll ich sagen? Was soll denn mit dir? Ja, das ist dann unsere Aufnahme. Also... Äh... Ich sag mal... Ähm... Ich bin die total kacke. Von mir 2 von 10. Ja? Ja. 1 von 10. Spring. Spring. 7 von 10. Ich auch. Und dann. 10 von 10. Für 200 ist das richtig krank. Für 200 ist das richtig krank. Für 200 wie was ist das der Kugel? 10 von 10. 9 von 10. Okay. Damit würde ich sagen... Guck mal, wie sieht das bei verschiedenen Skins aus? Guck mal. Das ist neuer. Zeig mal, was gibt's denn da? Immer da unten. Komm mal, was ist das mit dem? Ja. Das ist also mega witzig. Mega cool. Das hast du noch alles. Neuer ohne. Ich hab auch schon eine Situation, wo ich das Ding einsetzen würde. diesen Tati Mode. Und zwar würde ich einfach einsetzen, wenn du ein Try Harder hast, den Getömer, würde ich sagen, chill mal, chill mal, chill mal. So. Der Weihnachtsmann. Das Pferd. Ah, Lama. Pferd? Lama. So. Was haben wir noch? Boah. Da sieht's gar nicht mal so schlecht aus. DJ Yonda sieht's nicht so schlecht aus. DJ Yonda ist schlimm. Niemann Experte. Äh, Agentin. Immer noch Agentin, Expertin. Ja. Kannst du einfach Nargob sagen. Skifahrer. Ah, da gefällt's mir jetzt nicht so. Ne, mir auch nicht. Muss ich echt sagen. Also mit dem Skifahrer. Ja, das ist ganz neus. Aber nur weil das Skifahrer ist mega geil aus. So. Haben wir noch? Haben wir den Noob-Skin hier irgendwo? Der da. Passiert den Noob-Skin. Haben wir noch den zweiten Noob-Skin? Da, ja. Komm, mega. Ja, weil er geil stehen hier, dass man benutzt hat. Das stimmt. Genau. So. Was haben wir denn noch? Zeige ich mal her mit der Wikingerdame und mit dem Rotkäppchen. Mit der Vampirella. Mit der Vampirella. Oh, so schlecht. Zeige ich mal mit der Vampirella. Die nenne ich auch Dusk. Und dann? Und dann? Ich will nur. Ich will nur. Zeig mal her mit dem... Hier mit unserem... John Wick. Okay. Nö, für mich nicht mal. So. Was sind wir mit Wolf? Wolf, Wolf. Bei Wolf sieht es wieder scheiße aus. Das sag ich jetzt schon. Mein Wolf sieht es wieder scheiße aus. Und da war. Sieht einfach nur Kacke aus. Sieht einfach nur Kacke aus. Wir haben... Ah, hier. Das ist okay. Der ist ja selten. Der ist genannt zwischen. So, zeig mal her. Hier mit. Ja, wir haben doch hier eine Farbenbombe. Leute. Können wir doch grad mal zeigen hier. So würde das aussehen wie eine Farbenbombe und das so. Oder? Ja, was sind wir noch? Zeig mal her. Ja, Rotkäppchen. Da kannst du mit dem Rock gucken. Guck mal da. Schwarze. 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 Schwarze Schlüppel. Ja. Kann man was auch noch? Äh. Was ist denn da mit dem Aufsitzer? Wie sieht das aus mit dem Aufsitzer? Das ist der komische Lama. Ah, der dritte. Ja. Das sieht geil aus. Ja, das sieht cool aus. Sag mal, jetzt frage ich mich, wie das funktionieren soll mit dem Lama-Typen. Wie soll das aussehen? Oh, scheiße. Die Hände gehen durchs Lama durch. Ja, eben. Sieht's aus wie ein Einhorn-Lama. Ja. Wie ein Dreihorn-Lama. So, was haben wir noch? Skull Trooper. Ja, das muss sein. Danke. Na, beim Skull Trooper sieht's jetzt ehrlich. Es sollte nicht ganz so toll aussehen. Was haben wir noch? Wukong. 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 Oh, der ist auch nicht mehr so. Wie man denkt. Würde ja ein bisschen passen hier. Okay. Dann... Ja, natürlich da hier. Unser Spider, ne? Dinge? Ja. Okay. Einfach mega geil wegen den Augen auch. Ja. Nice. Ah! Das sieht scheiße aus. Der sieht auch so scheiße aus. Der sieht auch so scheiße aus. Weiß. Das ist ja schlimmstes Kind. Nee. Da, hier. Pappenkinder hätten auch schlimmer. Oh Gott. Der sieht so scheiße aus. Habe ich so schlimm wie das gehabt. Oh Gott. Oh Gott. Alter, was ist das Ding? Noch irgendwas, was vielleicht noch ganz cool wäre. Wie sieht es aus hier mit unserem aktuellen Battle Pass? Es geht mit den beiden. Ich muss nachgucken. Drog hab ich schon. Wie hier? Na zu, oder? Ah, dann fangen die beiden rein. Bitte nicht. Warum? Gucken wie es da aussieht. Bei den beiden haben wir die... Na gut. Bei den Pokémon können es sogar ganz cool aussehen. Warte. Das ist eine Genera, ne? Ja. Das könnte sogar ganz cool aussehen. Ja. Ist aber auch nicht so schlecht. Weil es aussieht wie ein Pokémon. Sieht echt aus wie ein Pokémon. Ja, ist wirklich so. Ja. Und dann auch den anderen... Oh, okay. Aber es sieht aus wie ein cooler Pokémon. Ja. Das sieht nicht so aus. Sieht blöd aus. Ja, dann... Was haben wir noch? Leko. Aber es sieht ja gar nicht so schlecht aus, ne? So. Dann haben wir auch so ziemlich alles durch, ne? Ja. Ja. Leute. Wenn euch das heutige Video gefallen hat... Ja. 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 Ja, echt? Ja. Ach so. Ja. 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 Wenn's euch gefallen hat, wünsche ich mir so ein bisschen mitgekommen. Bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal und bis. Ciao!